ja moin leute willkommen auf meinem kanal willkommen zu barkhaft so ihr habt es an dem thumbnail schon gesehen da steht ja panzerkeller warum dieser titel also wir haben uns ja recht wenig mit alliierten oder russischen panzerassen befasst und ich dachte ja auch immer da gibt es nicht so richtig viele also es gibt tatsächlich welche nur man muss immer sehen was heißt ass und was heißt naja erfolgreich da die deutschen natürlich sehr sehr hohe abschusszahlen haben sagen wir alle die keine 50 panzerabschüsse haben sind keine asse aber natürlich rechnen andere nationen anders so das ist schon mal die grundidee die ich mal hatte das habe ich dann irgendwann wieder verworfen und ich bin ja nun world of tanks spieler also ich spiele das immer mal wieder und da gibt es ja auch medaillen und das zeige ich euch jetzt mal so wenn man hier nämlich rein geht dann hat man hier diese ganzen ehrenrenge und auszeichnungen und wird nicht auch für gedöns und dann gibt es hier die epische medaillen die gibt es dann immer mal für besondere erfolge im kampf und da gibt es hier diese rolle medaille und ich weiß nicht ob das gut lesen kann auf jeden fall ist hier aufgeschrieben oder erklärt was dieser historische bezug ist und hier steht der polnische interfizier roman edmund orlik wurde zum panzer aß nachdem im september 1939 13 deutsche panzer mit seiner leichten tks tankkette ausschaltete so das ist erstmal so die grundidee so jetzt habt ihr das gesehen das ist diese sogenannte orlik medaille und um den mann geht das nämlich heute und nachdem ich diese medaille da gesehen habe habe ich mich da so ein bisschen reingelesen das thema und gedacht mensch das müssen wir eigentlich mal so ein bisschen analysieren weil es da doch so ein bisschen kontroverse ansichten und auch informationen gibt so und dann habe ich benny gebeten dass er das mal aufarbeitet er sagt die quellenforschung war schon wirklich anstrengend aber hat es natürlich zusammengekriegt dann haben wir es natürlich noch mit bildern hinterlegt und so weiter und so fort und bevor ich jetzt hier in epischer breite im intro erzähle wer der edmund orlik war und was er genau gemacht hat und sein panzer aussah wobei das könnt ihr hier noch mal sehen habe ich oben eingeblendet diese kleine tankkette die wird nachher noch mal lang und breit erklärt was das für ein ding ist und was das kann und auch was die deutschen hatten und was dann 39 passiert ist das machen wir jetzt alles in dem video will ich gar nicht so weit weg so viel vorneweg erzählen mir ging es einfach nur darum wie bin ich überhaupt auf diesen orlik gekommen so und sicherlich gibt das noch mehr panzerasse in allen mehr bei den engländern bei den amerikanern bei den russen die ich noch nicht kenne wenn ihr da ein bisschen mehr informationen zu habt dann schickt uns das bitte an unsere e mail adresse forschung at barcrafts.com dann können wir versuchen die auch mal zu beleuchten damit wir nicht immer nur die deutschen uns anschauen auch mal die gegenseite also wenn dann engländer zehn deutsche panzer abgeschossen hat dann dann ist das natürlich auch schon also erfolgreich ob das jetzt ein ass ist oder nicht das muss man dann immer sehen ganz am ende des tages ist jeder abschuss ja getötete menschen getötete besatzung explodierter panzer das darf man bei der ganzen faszination für die abschüsse nicht vergessen so genug geschwafelt für den anfang also dieser orlik den schauen wir uns jetzt mal an was er gemacht hat schauen wir uns an und wie weit das alles ins reich der fantasie gehört oder ob das alles so stimmt das werden wir auf jeden fall am ende des videos wissen los geht's ja wie könnte man wie könnte man das am besten beschreiben wie ein einsamer polnischer kadett durch deutsche panzer wütete das können lassen wir erstmal so stehen also der krieg hat edmund roman orlik von anfang an geprägt sein vater ein militärpilot war kurz vor seiner geburt im januar 1918 in rogotsno polen im ersten weltkrieg gefallen der mechanisch begabte orlik trat nach seinem schulabschluss als offiziers kadett in die polnische armee ein und wurde bei den panzer truppen ausgebildet die wichtigsten gepanzerten fahrzeuge der polnischen armee waren die 580 tanketten die auf dem britischen carden lloyd basierten der kleine 2,9 tonnen schwere tk3 war nur 1,32 m hoch und hat eine besatzung von zwei mann sowie ein einziges maschinengewehr als bewaffnung die kleinen panzerwagen wurden an kavalrie einheiten verteilt um als aufklärungs und feuerunterstützung zu dienen die tk3 war jedoch so schlecht gefedert dass die besatzung dazu neigten schon nach einer halbstündigen fahrt seekrank zu werden und entsprechend schnell zu erschöpfen 1933 entwickelten die polen die verbesserte tks tankkette mit einer deutlich verbesserten federung und einem zuverlässigen fiat 122 motor mit 46 ps außerdem fügten sie ein neu entwickeltes 360 grad sichtperiskop hinzu und verbesserten die panzerung geringfügig auf 8 bis 10 mm dicke das reichte gerade aus um gegen gewehrkugeln und schrapnelle zu schützen hiervon abgesehen wurde es jedoch kaum schutz panzerkampfwagen verfügten immer noch nicht über eine wirksame bewaffnung gegen gepanzerte fahrzeuge bis 1933 studierte orlik am warschauer polytechnikum und wurde telegrafenbeamter im august desselben jahres veranlassen die zunehmenden spannungen mit dem deutschen reich die mobilisierung der polnischen armee orlik wurde als unteroffizier erster klasse in das 71 panzerbataillon eingezogen die aus einer kompanie von acht gepanzerten fahrzeugen des typs wz 34 die mit einer mischung aus 37 mm kanonen und maschinengewehren bewaffnet waren einer kompanie von 13 panzerwagen und einer logistik kompanie bestand der 71 erhielt jedoch eine ungewöhnliche aufrüstung zwei jahre zuvor hatte der ingenieur und jetzt wird's ein bisschen schwierig war fritsynik lewandowski eine schnell feuernde 20 mm autokanone namens wz 38 fk entwickelt die fünf bis sechs schuss pro sekunde abfeuern konnte das wörtlich als schwerstes maschinengewehr bezeichnete geschütz hatte ein 74 kaliber lauf der es den kleinen geschossen ermöglichten auf einige hundert m entfernung 25 mm stahl zu durchschlagen das polnische militär plante die teuren kanonen auf mindestens 100 panzerwagen zu montieren von denen jeder 16 5 oder 10 schüssige kastenmagazine tragen konnte vor kriegsausbruch wurden jedoch nur 20 bis maximal 24 tks umgerüstet darunter drei bis vier für das 71 panzerbataillon war einer von ihnen er befähigte einen halbzug mit zwei maschinengewehr bewaffneten tk3 und war mit dem fahrer und bordmechaniker korporal Bronislaw Czakrzewski im einsatz so dann wollen wir mal gucken was hier die polen dann gemacht haben die 71 gehörte zur großpolnischen kavaleriebrigade der posener armee die weit an der nordwestlichen grenze zu deutschland stationiert war in den ersten tagen des konflikts wurden die städte ravic und let's know von deutschen grenztruppen eingenommen die panzer kompanie des 71 regiments unterstützte das 55 infanterie regiment bei einem gegenangriff der die deutschen angreifer aus ravic vertrieb während die panzerjäger die grenztruppen bei let's know bekämpfen sollten am folgenden tag setzte die polnische kavaleriebrigade einen grenzüberschreitenden angriff an bei dem sie die deutsche fahrzeuge in königsdorf dem heutigen zaletze beschoss der deutsche invasionsplan fall weiß ließ posen jedoch weitgehend aus acht und zielte stattdessen auf die armeen von pomorce und lodge im norden bzw süden beide armeen die sich auf eine vorwärts verteidigung der grenze statt auf eine robuste verteidigung in der tiefe verlegt hatten wurden von den deutschen panzern überrollt so dass die posen der armee gefahr lief in einer zangen bewegung abgeschnitten zu werden der befehlshaber der armee und jetzt wird es wieder ein bisschen schwierig taddeus kutz sreba bat um die erlaubnis für einen gegenangriff im süden der ihm jedoch verweigert wurde am 8 august verlor das hauptquartier der armee schließlich den kontakt so dass kutz sreba seine armee zu einem ausbruch in richtung warschau vorbereitete zu diesem zeitpunkt hatten die deutschen den überblick über die position der armee verloren und es wurde angenommen dass sie sich bereits zurückgezogen hatten am 9 september überraschte die großpolnische kavaleriebrigade die 24 und 30 infanterie division und warf sie 20 km weit zurück weil sie 1500 gefallene und 3000 kriegsgefangene am fluss pzura zu beklagen hatten die panzerjäger der einundsiebzigsten also der polnischen 71 beteiligten sich an der aktion und griffen eine überraschte deutsche infanterie kolonne der dreißigsten an angesichts der ernsthaften bedrohung ihrer flanken wurde die vierte und zehnte armee von ihrer ursprünglichen stellung in warschau abgezogen um den gegenangriff am 11 september vorzubereiten die beiden armeen stellten zusammen rund 800 panzer in fünf panzer und leichten divisionen auf in der zwischenzeit wurden fast alle einheiten der luftwaffe im kriegsgebiet mobilisiert um die polen massiv aus der luft zu bekämpfen der gegengangriff auf pzura scheiterte mit mehr als 40.000 gefallenen und verwundeten die mobileren polnischen einheiten setzten jedoch ihren vormarsch auf warschau fort und griffen die von den deutschen besetzten städte auf ihrem weg an am 14 september griffen polnische verbände erfolgreich brochow an wobei die panzerjäger der 71 von der anderen seite des flusses bzura aus feuerunterstützung leisteten zum ersten mal trafen sie auf feindliche panzer panzer 2 des 36 panzerregimentes die ebenfalls mit 20 mm autokanonen bewaffnet waren die jedoch schneller feuerten und eine geringere geschwindigkeit hatten auf einer anhöhe positioniert schaltete orlik berichten zufolge drei der leichten panzer aus die nur durch eine 14 mm starke panzerung geschützt waren hier treten jedoch die ersten unstimmigkeiten auf im jahre 1966 behauptete ein anderer panzerkommandant vladislaw tritt als teil einer truppe von acht panzern alle drei feindpanzer ausgeschaltet zu haben ein anderer roman navrocki berichtete dass er 1979 also er berichtete 1979 so dass er zwei panzer zerstört und einen dritten beschädigt habe also ganz genau werden wir das wahrscheinlich nie erfahren so da müssen wir noch mal ganz kurz jetzt hier ran an die beiden panzertypen mit denen wir das hier gleich wirklich zu tun kriegen also einmal den panzer 4 mit der 7,5 cm kwk 37 und nochmal die tks tankkette damit wir da mal so ein bisschen verstehen was hier gleich passiert also der panzer 4 und das dürfte euch ein jahr bekannt sein war ein mittelschwerer panzer der von der deutschen wehrmacht während des zweiten weltkrieges eingesetzt wurde er wurde im jahr 1939 entwickelt und blieb bis zum kriegsende im jahr 1945 in produktion während dieser zeit wurden verschiedene versionen des panzers 4 entwickelt darunter der panzer 4 mit der 7,5 cm kwk 37 kanone auch stummelkanone genannt die 7,5 kwk 37 war eine leistungsstarke kanone die speziell für den einsatz gegen gepanzerte ziele entwickelt wurde sie wurde erstmals im jahr 34 eingeführt und war zu dieser zeit eine der leistungsstärksten kanonen der welt die 75 hatte eine effektive reichweite von 1800 metern und konnte panzerung bis zu 70 mm durchdringen der panzer 4 mit der 7,5 cm kwk 37 wurde so wie wir ihn jetzt sehen erstmals im jahr 1940 eingesetzt er war mit einer 7,5 cm kwk 37 l 24 kanone ausgestattet die auf einem panzer 4 fahrgestell montierend wurde der panzer 4 hat eine besatzung von fünf mannen und eine maximal geschwindigkeit von 42 km haben der panzer 4 wurde hauptsächlich als unterstützungsfahrzeug für die infanterie sowie als flackpanzer eingesetzt um feindliche flugzeuge zu bekämpfen ja und diese version um die das hier geht also der panzer 4 mit der 7,5 kwk 37 hatte natürlich auch seine schwächen unter anderem das schon erwähnte stummelgeschütz das sehr sehr kurz war was seine reichweite und auch die genauigkeit erheblich einschränkte so dann gehen wir mal zur anderen feldpost nummer rüber zur tks tankkette die tks tankkette war ein kleiner gepanzerter kampfwagen der während des zweiten weltkrieges in der polnischen armee eingesetzt wurde die tankkette wurde als leichtes unterstützungsfahrzeug verwendet und war aufgrund ihrer größe und mobilität ein wichtiger teil der polnischen verteidigung während des deutschen überfalls auf polen im jahre 1939 die tks tankkette wurde erstmals im jahre 31 von der polnischen firma panztwowie zaglady insinieri meine fresse noch mal wat für wörter entwickelt sie war mit einer 20 mm kanone im turm und einem maschinengewehr bewaffnet und hatte eine besatzung von zwei mann der wagen war mit einem luftgekühlten zwei zylinder dieselmotor ausgestattet und konnte eine höchstgeschwindigkeit von 40 km h erreichen ich meine das schon ordentlich fix ne obwohl die tks tankkette aufgrund ihrer geringen größe und bewaffnung nicht als haupt kampffahrzeug eingesetzt wurde war sie aufgrund ihrer schnelligkeit und wendigkeit ein wichtiger teil der polnischen kräfte die tankkette wurde vornehmlich zur aufklärung und unterstützung der infanterie eingesetzt sie konnte schnell vorstoßen um feindliche stellung zu erkunden oder angriffe zu unterstützen und sich dank ihrer geringen größe und beweglichkeit auch auf engstem raum bewegen nach dem einmarsch deutschlands in polen wurden viele von den erbeuteten tankketten von den deutschen weiterverwendet die fahrzeuge wurden hauptsächlich für die polizeienheiten und im rahmen von aufstandsbekämpfung eingesetzt da die vorhandene bewaffnung gegen gepanzerte fahrzeuge und andere kampfpanzer im gefecht an der front nahezu unwirksam war so dann kommen wir mal zu dem duell zwischen dem orlik und dem deutschen prinzen im wald von campinos als der rückzug in richtung warschau weiterging war die 71. armee am 16. september gezwungen ihre panzerwagen zu zerstören da sie nicht in der lage waren die zur zu durchqueren da der nachschub knapp wurde erbeuteten die polen kürzere deutsche 20 mm munition für ihre kanonenbewaffneten tks am 18 september war der großteil der tk3 wegen treibstoffmangel außer gefecht gesetzt. Am selben tag brach orliks halbzug zu einem aufklärungseinsatz auf der straße nach pochisha im campino wald auf. Plötzlich hörte orlik das grollen von herannahenden panzern. Er befahl seinen beiden mit maschinengewehren bewaffneten tk3 sich zurückzuziehen während er seinen panzer in eine verdeckte hinterhaltsstellung über eine straßenkreuzung rollte. Ihm näherte sich ein panzerzug unter der Führung eines leutnants, dem Prinz von ratibor. Leutnant Viktor IV Albrecht Johannes Josef Michael Maria Prinz von Rathibor von Hohenlohe Schillingsfürst. Das ist mein Name. Geboren am 12. Februar 1916 als erster Sohn von Viktor III August und Elisabeth zu Oetting, Oetting und Oetting Spielberg. Er war Zugführer in der 2. Kompanie, Panzerregiment 11. Das gehörte zur 6. Panzerbrigade, 1. Leichte Division, Verfügungsarmee Korps, 10. Armee, Heereskorps Süd. Viktor wurde von zwei tschechischen Panzern des Typs Panzer 35 T begleitet, die mit 37 mm Kanonen bewaffnet und durch eine 25 mm starke Frontpanzerung geschützt waren. Der Prinz selber fuhr auf einem 19 Tonnen schweren Panzer IV B, der mit einem Stummelgeschütz, also dem 75 mm Haubitzengeschütz und einer 30 mm Frontpanzerung ausgestattet war. Tatsächlich erwies sich der Panzer IV als so robust, dass er im Gegensatz zu anderen Panzern bis zum Ende des Krieges und darüber hinaus eingesetzt wurde, wobei er später mit einer langläufigen Kanone und einer stärkeren Panzerung ausgerüstet wurde. Im Gegensatz zu den polnischen Panzern konnten alle deutsche Panzer auch über Funk kommunizieren. Allerdings hatten beide Panzer nur etwa 14 bis 16 mm Panzerung an ihren Flanken. Orlik wartete bis er die Seitenpanzerung des Führungspanzers im Visier hatte und eröffnete dann das Feuer, woraufhin Rauch aus dem Fahrzeug aufstieg. Die beiden anderen deutschen Panzer wichen von der Straße aus und begannen wahllos in den Wald zu schießen, da sie die Tankkette nicht entdecken konnten. Orlik beschoss den Panzer IV mit einer Salve von Granaten die jedoch keine Wirkung zeigten. Dann entblut der Pole ein ganzes Magazin. Diesmal sprengten die Geschosse eine Platte der seitlichen Hüllenpanzerung ab und brachten offenbar die Munition des Panzers IV zur Explosion, sodass diese in Flammen aufgingen. Der dritte Panzer 35T begann sich zurückzuziehen und feuerte wild um sich. Orlik lief seine Panzerkampfwagen in einen neuen Hinterhalt rollen und entdeckte den Panzer der neben der Straße durch ein Gebüsch fuhr. Er schaltete ihn mit einem letzten Feuerstoß auf nur 60 Meter Entfernung aus und zerstörte weiterhin mehrere LKW. Der Kadett stieg schließlich ab und nahm persönlich zwei der deutschen Panzermänner gefangen, die, wie er sich erinnerte, kommentierten, es ist sehr schwer so eine kleine Kakerlake mit einer Waffe zu treffen. Er zog auch den Prinzen aus seinem schwelenden Wrack. Der deutsche Adelige erlitt schwere Verbrennung und starb Minuten später. Er wurde nur anhand seines Ausweises identifiziert. So nun ist aber wichtig zu wissen, dass es einen Brief gibt und der wurde an den Zeitungen geschrieben im Jahr 1966 von Vladislav Tritt von dem haben wir vorhin schon einmal gehört und er beschreibt die Schlacht als etwas anders. Er behauptete, dass alle drei Panzerkampfwagen über Kanonen verfügten, also die Tarketten über Kanonen verfügten und alle drei gleichzeitig angriffen und das wiederum unterstützt von einer 37 mm Panzerabwehrkanone der Kavallerie. Weiter erklärt er, dass er persönlich zwei der Panzer ausgeschaltet hat, während der dritte das Panzerabwehrgeschütz der Polen überrannte, bevor er dann final zerstört werden konnte. Er erwähnte auch, dass ein deutscher General in seinem Panzer lebendig verbrannte. Der Prinz wurde aber später in seinem Familienmausoleum beigesetzt, das wiederum später von den sowjetischen Truppen zerstört wurde. Man nahm an, dass sie das getan haben, weil sie schwarzen Panzeruniformen halt für SS-Uniformen hielten. Gut, dann kommen wir jetzt mal zu der Entscheidungsschlacht in Syrakow. Also am Abend des 18. und 19. September startete das 9. Ulan-Regiment und das 7. Kavallerie-Regiment einen Überraschungsangriff auf die deutschen Truppen in Syrakow, nordwestlich von Warschau. Sie nahmen die Stadt ein, schalteten mehrere Panzer aus und erbeuteten 34 Lastwagen und wichtige Treibstoffvorräte. In Erwartung eines Gegenangriffes verlegten die letzten drei TKS eilig in einen Hinterhalt auf einem bewalteten Hügel an der linken Flanke. Drei weitere Ulan-Regimenter, die dazugehörigen Batterien von 37 mm Panzerabwehrkanonen und 75 mm Haubitzen des 15 leichten Artillerieregimentes verstärken ihre Stellung. Um 10 Uhr griff die deutsche erste leichte Divisionen mit Dutzenden von Panzern 35 T des 65. Panzerbataillons und des 11. Panzerbataillons an. Eine Panzerabwehrkanone der Polen schaltete den führenden Panzer aus, woraufhin sich die übrigen Panzer verteilten. Aus 600 m Entfernung schaltete Orlik aus der Flanke zwei deutsche Panzer aus, fuhr dann in eine Schlucht in Deckung und bekämpfte dort einen weiteren Panzer auf den er zufällig stieß. Orlik stieg auch hier aus und nahm zwei der feindlichen Besatzungsmitglieder gefangen. Er kehrte rechtzeitig zurück in seinen Panzer um eine weitere Welle deutscher Panzer anzutreffen. Wieder gelang es Orlik und seiner kleinen Tankkette zwei oder drei deutsche Panzer auszuschalten ohne entdeckt zu werden. Schließlich wurde Orlik aber doch entdeckt und aus rund 300 m Entfernung unter Beschuss genommen. Eine panzerbrechende 37 mm Granate zischt über die Tankkette hinweg, dann eine weitere. Es würde nur ein einziger Treffer genügen um die dünn gepanzerte Tankkette zu zerstören. Orlik verbrauchte letzte Munition in einer Salve, die seinen Angreifer endgültig außer Gefecht setzte. Insgesamt gab Orlik an in Syrakow sieben Panzer beschädigt oder zerstört zu haben, insgesamt also 13 Panzer die er zerstört haben soll. Damit war er eines der ersten Panzerasse der Geschichte. Die wenigen verbliebenen deutschen Panzer, erlitten ebenfalls schwere Verluste durch die Artillerie und zogen sich schließlich zurück. Jahrzehnte später bezweifelten polnische Veteranen, die an der Schlacht teilgenommen hatten, die veröffentlichten Verlustzahlen der Deutschen und behaupten, sie können sich nur an 11 bis 20 Panzer erinnern, die insgesamt während des Gefechtes zerstört worden sind. Die deutschen Aufzeichnungen zeigen jedoch überraschenderweise viel höhere Verluste als die polnischen Archive. Das Panzerbataillon 65 verzeichnete 56 Gefallene und Verwundete, darunter ein Kompaniechef und den Verlust von 27 Panzern. Das Panzerregiment 11 verzeichnete 11 verlorene Panzer. Nach dem Kampf setzten die Panzerkampfwagen von Orlik und Nawrocki den Rückzug fort und erreichten schließlich in der Nacht zum 19. September zusammen mit anderen Teilen der Brigade Warschau. Die einzigen gepanzerten Fahrzeuge der Brigade, die dort ankamen, waren diese beiden. Diese Wagen nahmen an der Verteidigung der polnischen Hauptstadt bis zu ihrer Kapitulation am 28. September teil. Danach entzog sich Orlik der Gefangenschaft und schloss sich, eigenen Berichten zufolge, dem polnischen Widerstand an. Nach dem Krieg studierte er Architektur und entwarf die markante Bibliothek und die Wohnheime für ausländische Studenten der Universität von Lodz sowie ein Theater in Opole, bevor er 1982 durch einen Unfall starb. Heute erinnert eine Gedenktafel an der Straßenkreuzung in Pochiccia an den Ort seines Duells mit dem Prinzen. Jahre später berichtete Janusz Magnuski in seinem Buch Kakerlaken gegen Panzer über Orliks Heldentaten. Orliks Schilderungen stimmen nicht ganz mit den anderen Mitgliedern seiner Einheit überein. Es besteht jedoch kaum ein Zweifel daran, dass die polnischen Panzerkommandanten gemeinsam eine Reihe Überraschungssiegel gegen einen scheinbar übermächtigen Feind errang und dabei von der zwergenhaften Statur ihrer gepanzerten Fahrzeuge profitierten. So das erstmal zu dem Wann wie wo was, aber das schreit ja nach einem kleinen Nachwort, das machen wir jetzt mal. Ja Leute, eigentlich hatte ich noch ein richtig fettes Outro geplant, um das alles nochmal so ein bisschen aufzuarbeiten, aber ich muss sagen, ich bin da auch ein bisschen befangen, wenn es um andere Panzerkommandanten und Panzerasse geht. Deswegen würde ich einfach sagen, wir lassen das jetzt so stehen. Jeder kann ja gerne nochmal ein bisschen selber recherchieren und vielleicht findet der eine oder andere noch mehr raus als wir. Wir lassen die Geschichte so, wie sie Benni zusammengestellt hat, stehen und dann ist das auch gut so. Also da will ich jetzt gar nicht noch weiter das auseinanderreißen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr noch Geschichten von anderen alliierten Panzerassen findet, die wir mal aufarbeiten können. Bis dahin danke ich für eure Aufmerksamkeit. Heidet die Ohren steif, bleibt gesund und frohe Ostern. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020